Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Wenn Sie wie ich bis Anfang der 2000er analog fotografierten, dann haben Sie sicher viele physische Fotoalben oder Dias. Ich will Ihnen heute eine Methode vorstellen, Mittelformat Dias zu digitalisieren. Die Methode arbeitet ohne Kamera und Computer. Nur mit einem kleinen Standalone-Multiformat-Scanner, den ich etwas modifiziert habe. Standardmäßig kann man damit Mittelformat 120 Film digitalisieren. Zum Digitalisieren von Dias war mir das Herausnehmen des Films aus dem DIA-Rahmen jedoch zu zeitaufwendig. Daher habe ich den Filmhalter so modifiziert, dass er gerahmte Dias aufnehmen kann. Ich habe da einfach die obere Klappe des Filmhalters entfernt. Die Dias haben jetzt zwar etwas Spiel im Halter und müssen per Hand in die richtige Position geschoben werden, aber mit dieser einfacher Methode konnte ich in einer Stunde ca. 100 Mittelformat Dias digitalisieren. Ein geschickter Bastler kann den Einlegeprozess der Dias aber sicher noch weiter optimieren. Vielen Dank fürs Zuschauen.